hallo zusammen herzlich willkommen zu einem weiteren video wir schauen uns im heutigen video so ein bisschen mal wieder was obskures an ein komisches stück server hardware würde ich das mal beschreiben wir haben hier ein intel vca2 habe ich mir vor einigen monaten bei ebay gekauft ich glaube es kam aus mexico also hat eine gute reise hinter sich und es was ich so bisher noch nicht gesehen habe also das vca2 steht für visual compute accelerator also visueller beschleuniger irgendwie so was berechnungsbeschleuniger 2 das mal ganz kurz um so ein text drauf und da steht schon was interessantes auf und zwar haben wir hier eine pc express karte die anscheinend drei intel xeon cpus beinhaltet mit bis zu 64 gigabyte ddr4 ram pro cpu also 192 gigabyte auf der gesamten karte schauen wir aber mal rein in die box und da finde ich tatsächlich relativ überraschend dass sich intel hier sehr sehr viel mühe beim verpackungs design gegeben hat und wenn ich bedenke dass es eigentlich ein server produkt ist es ist ziemlich untypisch das bedeutet wir werden im heutigen video uns das teil mal ein bisschen genauer anschauen schauen ob wir das ding irgendwie zum laufen bekommen es ist nicht ganz so einfach es ist auch ein bisschen schwerer treiber dazu zu finden aber natürlich werden wir es als erstes mal auseinander bauen und uns anschauen was ist denn eigentlich in dieser karte hier drin das intel vca2 hat übrigens über 2000 euro gekostet ist natürlich eigentlich enterprise hardware sehr sehr speziell klar wir können damit eigentlich nichts wirklich anfangen in dem video aber solche sachen einfach mal sehen zu können was er so abseits unserer normalen welt gibt finde ich schon sehr sehr interessant sehr teuer und deswegen bin ich auch sehr froh dass wir einen passenden sponsor für das heutige video haben denn das ist ionos ich selber bin schon seit über 13 jahren absolut glücklicher ionos kunde sehr überzeugt davon habe da meine e-mails hosting mein wordpress und wenn ihr experte auf so dem gebiet zeit zeit vielleicht selbstständig macht hosting macht serverwartung dann ist das agentur partner programm für euch sehr sehr interessant denn damit könnt ihr nicht nur projekte ganz easy managen sondern ihr könnt auch noch sehr sehr einfach und schnell neue kunden gewinnen wenn ihr dem agentur partnerprogramm beigetreten seid dann landet ihr erst mal hier im partner portal und könnt ganz einfach euer eigenes profil anlegen zeigen welche skills euch ausmachen und womit ihr aus der masse heraus stecht ob grafik design seo social media oder andere fähigkeiten euren partner netzwerk eintrag könnt ihr anschließend mit wenigen klicks im portal online stellen und seid damit direkt für potenzielle kunden sichtbar kunden anfragen und auch die daraus resultierenden projekte könnt ihr anschließend ganz übersichtlich über das dashboard managen wenn eure kunden dann auch selbst bei ionos sind könnt ihr direkt auf deren projekte zugreifen und damit dann noch einfacher arbeiten unterstützt wird eure arbeit dabei von der vorhandenen ionos infrastruktur mit wordpress hosting und den cloud infrastruktur lösungen solltet ihr bei der ganzen umsetzung oder allgemein beim agentur partner programm hilfe brauchen hat ionos natürlich auch ein eigenes experten support team und bietet unkomplizierte und persönliche beratung also schaut euch das agentur partner programm auf jeden fall mal an mehr informationen dazu findet ihr über den link in der beschreibung das vca ist eigentlich auf mehrere arten ein relativ interessantes produkt denn auf dem ersten blick sieht es aus wie eine grafikkarte ist aber keine und es ist aber auch keine normale erweiterungskarte wie jetzt zum beispiel ein intel nack also das was wir hatten so ein compute element was man reinsteckt sondern das sind quasi drei compute elements auf einmal also man kann sagen es ist quasi ein server in einem server und dann aber nicht nur ein einzelner sondern eigentlich drei was von außen erstmal auffällt ist wir haben ein pc express lot und der ist nicht normal denn wir haben hier diese kleinen abstufungen das sind die sogenannten id pins das heißt über diese kürzeren pins kann ein mainboard feststellen was für ein typ pc express installiert ist also ihr seht es hier vorne das wäre pc express einfach hier vier fach hier acht fach und hier 16 fach und normalerweise gibt es diesen pin immer nur einmal am ende von einer grafikkarte zum beispiel also wie jetzt hier bei der grafikkarte zu sehen da seht ihr die pins sind alle gleich lang und anhand von diesem pin kann ein mainboard dann feststellen okay das ist ein pc express x16 gerät und auch haben wir hier hinten diese kleine nase dran die ja im mainboard einhakt die gibt es interessanterweise auch nicht wenn wir die vorderseite davon betrachten sehen wir da ist eigentlich nichts dran also keine ausgänge wie jetzt irgendwie dvi oder hdmi oder displayport oder sowas auch seitlich kein anschluss und hinten haben wir nur zwei stromanschlüsse einmal pc express sechs fach und einmal acht fach die backplate ist auf ihre art tatsächlich auch interessant denn wir haben hier so ein paar aussparungen weil darunter ein paar größere komponenten sind das sieht man zum beispiel mal hier oben schaut da ist ein kondensator drunter und normalerweise wenn man jetzt eine normale grafikkarte oder sowas hätte oder irgendeine normale erweiterungskarte dann hätte man einfach löcher drin aber hier hat man noch diese schutzfolien mit hin gemacht dass eben die teile so ein bisschen durch die backplate durchstehen können aber kurzschlüsse damit so gut oder so weit möglich minimiert werden das hier oben ist tatsächlich auch nur ein cover das heißt man kann das hier wegsliden einfach nur ein alu teil und jetzt sieht es schon ein bisschen mehr nach so einer compute card aus würde ich sagen wir sehen schon mal drei ram module das sind quasi notebook rams allerdings etc hier in diesem fall acht gigabyte pro modul die habe ich selber gekauft und selber eingeschickt das muss ich auch dazu sagen die liegen normalerweise nicht dabei das interessante ist nämlich dass in dem vca2 drei xeon drin sind und zwar die e3 1585 l das mal wieder typischer intel name kein mensch kann sich was darunter vorstellen es ist eine vier kern acht thread sky lake basierte cpu l für low power wahrscheinlich als glaube ich 45 watt tdp pro cpu aber grundsätzlich von den specs her könnte man das rein theoretisch so ein bisschen mit einem 6700 sky lake vergleichen also non car ist klar die cpu ist nicht übertragbar und der k auch andere boost und so weiter aber es geht so ein bisschen richtung dem 6700 was aber daran so interessant ist ist dass diese xeon cpu ist da drin grafikeinheiten haben das haben ja viele des toks hier uns gar nicht diese haben das allerdings sind das ist auch tatsächlich der fokus so dumm das vielleicht klingt aber die cpu sie da drin waren wurden hauptsächlich verbaut weil sie eben diese iris pro igpu haben denn das teil wurde für video bearbeitung verwendet also video encoding decoding je nachdem wofür man das benutzt ich kann es euch gar nicht genau sagen weil das sehr sehr schwer ist irgendwelche informationen zu diesem teil zu finden oder auch programme die damit funktionieren oder sonst was ist fast unmöglich dementsprechend die anwendung wird interessant aber rein technisch gesehen auf jeden fall faszinierendes produkt und jetzt brauchen wir es einfach mal auseinander und schauen uns an wie haben die das denn überhaupt realisiert dass drei cpus mit interessanterweise auch drei chips setzen auf dieser platine sind als erstes nehmen wir einfach mal die verblendung hier ab und schauen uns an was ist denn da eigentlich kühltechnisch drunter das ist schon echt verrückt also sowas habe ich bisher noch nicht gesehen vom aufbau her natürlich so ausgerichtet dass hier hinten luft rein geht und da hinten wieder raus andernfalls kann man es natürlich auch in die andere richtung machen aber zumindest mal laut dokumentation ist es so aufgebaut dass erst hier die luft rein geht und dann hier durch und dann nach hinten wieder raus ich gehe davon aus dass wir mindestens zwei kühleinheiten haben also wir haben auf jeden fall hier ein haupt kühlkörper so wie es aussieht und hier aber es ist auch irgendwie alles aufgesplittet ich glaube ich muss einfach weiter auseinander bauen um zu schauen was gehört hier wozu ich nehme jetzt auch die ramriegel erstmal wieder raus das verrückte ist auf jeden fall dass es auch mehrere gestapelte kühllösungen sind ist mir gerade aufgefallen weil ich dachte erst ich nehme das hier oben ab dann ist mir aufgefallen dass es gar nicht geht weil die teile sich teilweise überlappen das heißt wir müssen erst mal dieses mittlere segment hier rausnehmen also da drunter das sollte eine cpu sein die erinnert mich so ein bisschen an die notebook cpu ich wusste auch gar nicht ob das jetzt cpus mit dem heat spanner sind oder nicht scheint mir ohne heat spanner zu sein Hat dann aber direkt Kontakt zu diesem kleinen Block hier und geht dann hier nach links und nach rechts zu den kleinen Finstacks hier. Also sehr ähnlich vergleichbar mit einem Notebook-Kühler. Und hier vorne sollte dann die zweite CPU sein, also von der Ordnung her sollten wir dann das linke entfernen müssen, weil ihr seht, rechts geht es wieder drunter und da sitzt dann nochmal eine CPU. Das heißt, ich mache jetzt das obere weg und dann direkt auch das untere. Das ist wirklich ein sehr verrücktes Teil. Sieht irgendwie mega geil aus, irgendwie so ein bisschen wie eine Triple-GPU-Grafikkarte. Natürlich ist es keine Grafikkarte, aber echt spannend der Aufbau. Also haben wir jetzt hier die drei CPUs und das sollte auch so sein, dass natürlich, das ist ein relativ langer DAI, das bedeutet, die iGPU ist im DAI ja mit inklusive und rechts der Chip daneben, das sollte dann der Chipset sein. Also das ist das, was ich meinte, dass wir eben drei CPUs drauf haben mit drei Chipsetzen dazu. Und jetzt werde ich mal versuchen, noch diese extra Platte, die hier mit drauf ist, wegzumachen. Die scheint hinten mit der Backplate verbunden zu sein und dann, denke ich mal, sehen wir das große Ganze. Was auch interessant ist tatsächlich, das, was hier außen rum ist, das ist tatsächlich so ein bisschen wie so ein Sockel. Also das ist Federstahl, würde ich sagen und hier waren die Heatpipes mit drauf und das hat auch so ein bisschen nachgegeben. Also man sieht, das ist so ein bisschen nach oben verbogen. Bedeutet, die haben die Montage ganz anders gelöst, als man das jetzt im Laptop kennt, einfach mit so Federschrauben. Normalerweise im Laptop hat man solche Schrauben, wo dann irgendwelche Federn mit dran sind und hier, ja, eine relativ aufwendige Konstruktion tatsächlich. Interessanterweise haben wir hier die Chipsetze auf der Rückseite, also die wurden von der Backplate tatsächlich gekühlt. Das heißt, ich habe mich auch getäuscht, was die Vorderseite betrifft. Übrigens sind die Sockel abgefallen mit der Backplate zusammen, also die waren über die Backplate montiert. Das bedeutet, also wie gesagt, der lange Chip, das ist die CPU mit der Grafikeinheit. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass es rechts hier ein RAM-Chip ist. Das bedeutet 128 MB Cache quasi, die hier mit drauf sind. Das gab es zum Beispiel bei Intel Crystal Well, hieß es, glaube ich. Also das war eine Generation parallel zu Haswell. Da gab es auch CPUs, die nochmal 128 MB Speicher mit drauf hatten. Sehr, sehr, sehr interessant. Mittlerweile habe ich die CPUs schon mal ein bisschen vorgesäubert. Ich denke, so ist das echt ein krass schöner Anblick. Vom Aufbau her, also wir haben drei CPUs, die alle drei über den PC-Express-Slot ansteuerbar sind. Jede CPU hat zwei RAM-Slots, die der CPU zugeordnet sind. Dann haben wir hier noch einen Altera Max-V. Das ist ein CPLD. CPLD ist quasi ein einfacherer FPGA. Also ein Complex-Programmable-Logic-Device, CPLD genau. Und hier, da muss ich noch ein bisschen das blaue Zeugsack machen. Das blaue Zeug, das ist auch hier überall auf dem anderen Metallrahmen, der die Spannungswandel letztendlich gekühlt hat und auch Kontakt hat zu diesen Chips hier. Das sollten PC-Express-Brückenchips sein, also solche PLX-Chips, denke ich mal. So vom reinen Aufbau her, mit dem Heatspreader und sowas, soll auf jeden Fall ein PLX-Chip sein. Mache ich gleich noch ein bisschen sauber. Das blaue Zeugs ist im Prinzip flüssiges Wärmeleit-Pad, könnte man das sagen. Also es wird aufgetragen mit Wärmeleit-Paste, ist dann flüssig und härtet dann so ein bisschen aus. Deswegen ist es so ein bisschen fester. Also wie vermutet, ich habe jetzt bei beiden Chips das abgewischt. Beides sind PLX-Chips, beides sind quasi PC-Express-Verteiler-Brückenchips. Das eine ist ein PLX 8749 und das andere ist ein 8717. Mir ist ehrlich gesagt aber nicht ganz klar, warum die zwei verwenden. Weil das hier ist zum Beispiel ein 48-Lane-Chip. Bedeutet, der kann aus den 16 Lanes hier, kann der 3x18 verteilen an jede CPU. Wieso man da jetzt noch einen zweiten braucht, ist mir nicht so ganz klar. Also das ist im Prinzip genau das gleiche wie der hier, nur eine Stufe kleiner. Der kann zum Beispiel 1x8, 2x4 machen oder sowas. Ist mir jetzt nicht so ganz klar, warum das der Fall ist. Ansonsten haben wir hier übrigens noch einen M2-Slot. Ist mir auch vorher noch gar nicht aufgefallen. Und von der Grundorganisation natürlich hier Spannungswander für die CPU, Spannungswander für die CPU, Spannungswander für die CPU. Also der Rest vom Aufbau ist dann am Ende relativ unspektakulär. Ich baue jetzt gerade alles wieder zusammen, das heißt frische Wärmeleit-Paste drauf. Und dann baue ich das Ding mal ein und dann schauen wir einfach mal, ob wir da irgendwas zum Laufen bekommen. Alles ist mittlerweile wieder komplett montiert und wie ihr sehen könnt, ich habe es auch mittlerweile in ein System eingebaut. Ist ein Intel Setup Z690. Und im ersten Versuch hatte ich die Karte in dem Slot, weil da hinten noch eine Grafikkarte drin war. Hat relativ wenig Sinn gemacht, schon von vornherein. Ich dachte, ich probiere es nur einfach mal aus. Es hat aber auch gar nicht gebootet, hing dann bei VGA-Boot. Interessanterweise. Aber letztendlich wissen wir ja, dass das Teil sowieso alle 16 Lanes braucht. Und bei den aktuellen Boards auf dem Desktop-Markt haben wir ja nur im ersten Slot X16. Und die anderen, zum Beispiel der hier oder der hier, sind ja dann nur X8 oder X4. Je nachdem, was das für ein Board oder für ein Setup ist. Aber das Gute ist ja, die Intel iGPU, also da sind 12900K drin, sollte da ja gut funktionieren. Deswegen hinten Monitor einfach nur am Mainboard angeschlossen. Und wie ihr sehen könnt, hat das soweit schon mal relativ gut funktioniert. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das Ding irgendwie erkannt bekomme. Gerätemanager, wie auch immer. Ich hatte übrigens auch probiert, die Karte hier drin zu lassen und eine Grafikkarte hier einzubauen, weil die Grafikkarte könnte auch nur X4 haben oder X1. Habe ich alles probiert, aber auch dann hing Post-by-VGA-Erkennung. Dementsprechend war das keine Option. Im Gerätemanager wird es zumindest schon mal erkannt, also zwar nur als PCI-Gerät, aber es ist schon mal ein Fortschritt. Also die ersten drei scheinen das VCA zu sein. Und ich habe hier zumindest mal irgendeinen Treiber gefunden. Also es gibt nur einen einzelnen Treiber auf der Intel-Website. Und hier sind zumindest mal ein paar VCA-Windows-Drivers drin, die versuche ich jetzt mal eben zu installieren. Also nach der Installation vom Treiber, er sagt zumindest mal Intel VCA-PCI-E-Device. Also es ist hier drin. Allerdings sagt er mir hier auch, das Gerät kann nicht gestartet werden. Hm. Habe mittlerweile Führung getestet, also auch mit den verschiedenen BIOS-Optionen, die es natürlich gibt, um solche Geräte anzusteuern. Also dieses typische Buff 4G-Decoding heißt es, glaube ich, beim Asus BIOS, dass eben unterschiedliche Geräte über den ganzen Slot angesteuert werden können. Kennt man ja so ein bisschen von dem ganzen Mining-Krams. Habe ich alles probiert. Aber da wir ja das Gerät eigentlich im Windows erkannt bekommen, bedeutet das ja schon mal, dass da der Fehler nicht liegen kann. In der Dokumentation vom Intel VCA steht auch geschrieben, dass es eigentlich noch zwei, sage ich mal, Utilities dazu geben soll. Es gibt ein VCA-Control-Utility, also das wird da abgekürzt in der Dokumentation mit VCA-CTL. Keine Ahnung, also es gibt es nirgendwo zum Download. Ich habe im Internet alles durchsucht. Ich habe bei Intel alles durchsucht, die ganzen Downloads dazu gibt es nirgends. Ich habe meinen Intel-Kontakt angeschrieben und habe gesagt, so ey, wie sieht es aus, kannst du mal schauen. Habe da aber nichts mehr dazu gehört. Das ist jetzt auch schon irgendwie ein, zwei Wochen her. Dementsprechend, keine Ahnung, ich versuche es jetzt auf diesem Weg. Vielleicht kennt jemanden, der jemanden kennt oder jemanden weiß, wie man dieses Ding zum Laufen bekommt, was man damit machen kann. Laut Dokumentation ist es natürlich hauptsächlich für Linux gedacht, aber es soll auch mit Windows problemlos funktionieren. Und sonst hätte es auch die Windows-Treiber nicht gegeben. Deswegen, natürlich könnte man es zur Not mit Linux irgendwie noch probieren, aber um irgendwelche Vergleiche zu ziehen, ist für mich Windows irgendwie, immer so ein bisschen angenehmer. Und dann gibt es noch einen virtuellen Netzwerk-Treiber, den ursprünglich bei der ersten Version, also des VCA1, das hat einen Netzwerkanschluss, um das Ding anzusteuern. Und bei diesem Teil soll das über den PC-Express-Anschluss laufen und dann wird quasi Netzwerk simuliert. Aber auch das, dieses virtuelle Netzwerk simulieren, habe ich leider auch nicht gefunden. Also vielleicht hat da jemanden irgendwas. Ansonsten auf jeden Fall mal wieder verrückt, was es alles gibt auf dem Markt. Habe ich noch nie gesehen, zum Teil vorher, ihr wahrscheinlich auch nicht. Wir werden gerne ein Update dazu machen, wenn wir dazu noch ein bisschen mehr Informationen finden. Ansonsten habe ich noch ein bisschen Hardware rumliegen, die wahrscheinlich auch noch keiner gesehen hat. Also es bleibt spannend. Wir werden natürlich immer für euch versuchen, solche interessanten Videos zu produzieren. Noch mal ganz kurzer Nachtrag zum Schluss, nachdem ich mit ein paar Jungs in meinem Discord gesprochen habe, die sich viel mehr mit so Server-Hardware und Enterprise-Solutions auskennen, als ich das tue, weil ich habe davon ehrlich gesagt eigentlich gar keine Ahnung. Und der hat dann nochmal so ein bisschen nachgeschaut in der Dokumentation. Und das erklärt auch wahrscheinlich so ein bisschen, warum es nicht funktioniert. Denn man kann zwar auf diesem Teil selber anscheinend irgendwie Windows installieren, aber das Host-System, quasi wo das drin sitzt, muss Linux-basierend sein. Deswegen ist das vielleicht der Grund. Wobei ich mich dann frage, warum gibt es dann die Windows-Treiber, um das Teil zu installieren? Alles ein bisschen komisch. Ja, da gibt es auch noch so ein Open-Source-Paket, wo dann auch dieses VCA-CTL-Tool, also dieses VCA-Control-Utility wahrscheinlich heißt es irgendwie ausgeschrieben, drin ist. Allerdings nur installierbar unter Linux, also keine Windows-Applikation. Ja, vielleicht hat es ja jemand, keine Ahnung, dann lasst mich gerne wissen. Dann war es das jetzt aber auch zu diesem Video. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ciao. Ciao.